Ich grüße euch zu einem neuen Video am Bahnhof Riesa. Dies beinhaltet den Bahnverkehr am Abend in Riesa. Ich wünsche euch eine gute Unterhaltung. 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 Sicherheitshinweis. Lassen Sie Ihr Gepäck nicht unbeaufsichtigt. Ich wünsche euch eine gute Unterhaltung. Ich wünsche euch eine gute Unterhaltung. Ich wünsche euch eine gute Unterhaltung. Abfahrt 19.15 Uhr von Gleis 1. Bitte steigen Sie ein. Vorsicht an den Türen und bei der Abfahrt des Zuges. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich seh nach vorn auf das, was ist.